Moin Leute, ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es einmal darum gehen, wie du aus deinen täglichen Ausgaben möglichst viel rausholen kannst, bei minimalem Zeitaufwand sogar noch am Ende Zeit sparen und natürlich auch noch Geld sparen kannst. Und das alles mit Hilfe von Payback. Ja, ich hatte ja letzte Woche schon ein Video dazu gemacht und das ganze Thema mal so umrissen und ich habe halt gemerkt, okay, das scheint für viele einfach noch ein bisschen zu komplex zu sein. Und da es da einfach mehrere Nachfragen gab, dachte ich, ist es für mich einfacher, einmal kurz nochmal ein Video dazu zu machen, bevor ich es den Leuten immer einzeln schreibe. Also, damit du so ein bisschen durchstarten kannst, ich denke mal, Payback wird der Begriff sein. Die meisten haben es wahrscheinlich, ja, genauso wie ich, die letzten über zehn Jahre nicht so richtig verstanden und auch gedacht, ja, komm, wozu eigentlich? Also, was ihr braucht, ist halt eine Payback-Karte. Ich werde unten in die Videobeschreibung einen Link reinpacken, wenn man darüber eine Karte beantragt, wirst du 200 Punkte bekommen und ich auch nach, dem man sie dann auch wirklich eingesetzt hat. Ich habe meine Frau auch vor kurzem geworben, ich warte immer noch auf die 200 Punkte übrigens und sie auch, aber irgendwann sollen die wahrscheinlich dann irgendwann mal reinkommen. Es gibt ansonsten keine bessere Möglichkeit, an eine Payback-Karte zu kommen, wenn du sie einfach ganz normal über die Seite beantragst, bekommst du halt null Punkte Startguthaben. Also, das ist schon mal das Erste. So, und dann gibt es natürlich die Payback-App. Die Payback-App habe ich auch schon längere Zeit genutzt, aber auch erst so in den letzten zwei Jahren. Also, im Prinzip eigentlich seitdem wir Kinder haben vor, habe ich da gar nicht so drauf geachtet und da habe ich da schon mal angefangen und mir auch die DM, also für den Drogeriemarkt, die App auch runtergeladen und das dann auch kombiniert mit den Coupons. Aber auch da haben wir vielleicht, ja, 50 Euro in Payback-Punkten gesammelt in den letzten Jahren, also 5000 Punkte so in etwa und das ist auch nicht wirklich besonders effektiv gewesen. So, und was machen wir jetzt? Also, wir machen das jetzt so, wir setzen uns immer Sonntag hin, könnte aber auch ein x-beliebiger anderer Tag sein und da überlegen wir, was wollen wir denn die nächste Woche über essen? Also, jeder hat so seine Wünsche und Vorstellungen und gucken wir auch, wer ist irgendwie wie verplant, also gibt ja auch Tage, an denen wir essen, wir nichts zu Hause, weil wir irgendwie auswärts unterwegs sind, keine Ahnung. So, planen wir durch und überlegen uns dann, was müssen wir einkaufen, um die Sachen zu haben, damit wir möglichst wenig hin und her fahren müssen. Das spart schon mal enorm Zeit. Am Anfang war es so ein bisschen Überwindung, sich dann immer hinzusetzen am Sonntag, aber wir haben dann halt festgestellt, immer wenn wir das machen, sparen wir halt Zeit und Geld, weil wir, ja, machen uns dann eine Einkaufsliste und kaufen dann auch wirklich nur noch die Sachen ein, die wir auch wirklich benötigen. Wenn mal gewisse Sachen im Angebot sind, dann kaufen wir natürlich mehr, sofern die Sachen nicht verderblich sind, aber wir planen das jetzt nicht so wirklich im Voraus und wir gucken da jetzt auch nicht in die einzelnen Prospekte wirklich exzessiv rein und kaufen dann nur die Angebote, sondern kaufen eigentlich schon noch das, was wir eigentlich gerne haben wollen. Aber klar, wenn es sich anbietet, nehmen wir natürlich auch die Angebote mit. Aber dadurch, dass wir es halt planen, haben wir keinen höheren Zeitaufwand. Im Gegenteil, vorher war es so, wir haben uns dann immer so am Vormittag überlegt oder am Nachmittag teilweise auch, was wollen wir denn essen? Oh, das haben wir nicht, dann müssen wir nochmal losfahren. Dann waren wir drei-, viermal die Woche im Supermarkt und ja, das hat halt einfach viel Zeit gekostet. Und jetzt kam ich ja vor kurzem drauf, das Ganze noch zu optimieren mit Payback. Also es gibt in der Payback-App Coupons, die kann man einlösen und ich bin immer davon ausgegangen, man kann immer nur den höher oder den hochwertigsten oder ja, ich glaube, das kann man so nennen, hochwertigsten Coupon nutzen, aber es gibt halt immer auch verschiedene Coupons auf einzelne Warengruppen. Also ich habe eigentlich immer so diesen Zehnfachpunkte auf alles genommen und das war's. Aber ich hätte halt immer noch vorher aktivieren können, ich sag mal Zehnfachpunkte auf Obst und Gemüse, Zehnfach auf, keine Ahnung, Babysachen, Bindeln und so weiter. Habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht wusste. So, und dann dachte ich schon, okay, jetzt hast du da was Cooles gefunden, das kann man noch weiter optimieren, aber es geht noch einen Schritt weiter und da bin ich dann auf eine Plattform gestoßen, die nennt sich PBCP, also im Prinzip Payback Coupon abgekürzt. Gucken wir uns einmal zusammen an. Also ich bin jetzt hier auf PBCP drauf und man kann sich das Ganze dann auch auf den Home-Bildschirm, also zumindest beim iPhone, bei Android geht es bestimmt ähnlich, bei iPhone gehe ich hier unten drauf und dann habe ich hier die Funktion zum Home-Bildschirm hinzufügen. Das habe ich jetzt schon gemacht und dann habe ich das so wie als App, aber im Prinzip ist es keine App, sondern es ist dann einfach nur gespeichert. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mich dort zu registrieren. Ich bin schon eine Weile angemeldet, habe noch keine einzige E-Mail bekommen, also das heißt, ihr kriegt auch noch nicht mal eine Bestätigungs-E-Mail, also ihr könnt euch wirklich der Sache hier an der Stelle trauen. Folgender Hintergrund, ihr könnt nämlich jeden Payback-Coupon nur einmalig mit einem Payback-Konto einlösen und da kommt man relativ schnell durcheinander und um das zu vermeiden, würde ich mich hier anmelden, weil dann wird das im Hintergrund gemanagt, dann weiß die Plattform, welchen Coupon du schon verwendet hast. Aber ganz wichtig zu sagen, das Ganze ist nicht mit Payback verknüpft, das ist wirklich nur ein Behilfsmittel. Das ist nicht so wie bei der Payback-App, wo du hier aktivieren kannst, sondern ist das automatisch hinterlegt, aber das zeige ich dir sofort. Dann solltest du im zweiten Schritt auf meine Karten gehen. Da ist jetzt natürlich meine Karte schon hinterlegt. Du solltest dann einfach hingehen und dann sagen, Payback-Karte, keine Ahnung, wie du auch immer heißt, dass du halt weißt, dass es deine Payback-Karte ist, weil meine Frau hat ein eigenes Konto und da könnte man ja vielleicht überlegen, dass jeder die Karte vom anderen hat, wenn man halt einfach die eigenen Coupons schon aufgebraucht hat, dass man dann die des Partners auch noch nutzen kann. Dann müsst ihr einen Code eingeben, optional steht er, aber den braucht ihr halt tatsächlich, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und dann geht ihr einfach auf die Rückseite von eurer Payback-Karte und da ist dann hier so ein Barcode drauf. Und da steht eine Nummer drauf und diese Nummer müsst ihr komplett dort eintippen und das kontrolliert ihr am besten doppelt und dreifach, weil wenn die Nummer falsch ist, dann kriegt irgendein anderer eure Payback-Punkte gutgeschrieben. So, dann habt ihr die Karte hinterlegt, das ist schon mal der erste wichtige Schritt und dann könnt ihr in der App sagen, Coupons zeigen und einreichen. Ja, ich habe ja zwei Kinder und deshalb gehen wir sehr oft bei DM einkaufen und dann seht ihr, hier sind die Coupons schon sortiert. Einmal gesamter Einkauf, da nehme ich zum Beispiel mal die 20-fach auf alles mit, hake die einfach mal ab und dann gehe ich hier mal weiter runter, kommen dann irgendwann zu der nächsten Warengruppe und das ist jetzt bei DM schon Sonstiges. Hiervon kann ich eigentlich so gut wie nichts gebrauchen, das habe ich schon vorher geprüft, aber hier unten ist 33-fach auf Babyprodukte. Ja, sagen wir mal, ich brauche jetzt Windeln, dann sage ich hier Coupons anzeigen und ja, man kann das jetzt so machen. Ich mache das meistens so, dass ich dann, ja wir wissen ja schon vorher, was wir brauchen und je nachdem, was für Coupons halt da sind, kaufen wir dann halt mal mehr und mal weniger und dann auch noch in Verbindung mit der DM-App, weil da kriegen wir sehr oft auch nochmal 20% Rabatt auf Windeln oder irgendwelche anderen Warengruppen und dann kaufen wir meistens so viel, wie die Coupons halt hergeben bei der DM-App oder auch bei der Rewe-App oder wie auch immer. Ich weiß, das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, braucht man vielleicht mal, vielleicht, ja weiß ich nicht, setzt man sich mal 10, 20 Minuten hin, macht sich da ein paar Gedanken und danach geht das eigentlich in Fleisch und Blut über. So und jetzt seht ihr, kann ich hier durchscrollen, ich habe jetzt hier meine zwei Coupons. So, dann gehe ich hier unten auf diesen schwarzen Button, Karte anzeigen, so und dann lasse ich im Prinzip meine Karte hier einmal so scannen mit dem Code und dann drücke ich nochmal auf den schwarzen Knopf, dann ist das wieder weg und dann werden die Coupons angezeigt und die lasse ich dann auch nochmal der Reihe nach hier durchscannen und ihr sagt vielleicht vorher der Kassiererin oder dem Kassierer, kurzer Hinweis, es kommen jetzt noch zwei andere Codes oder drei andere, wie auch immer, weil sonst sagen die nämlich, die Payback-Karte wird schon erfasst und rechnen schon ab teilweise. Deswegen achtet darauf, dass ihr dann wirklich alle Codes auch durchziehen könnt und das war's. Üblicherweise aktiviere ich diese Sachen, bevor ich in den Laden gehe, je nachdem wie das Internet im Laden ist oder auch in der Warteschlange. Also es ist wirklich kein Mehraufwand. Und dann der allerwichtigste Schritt am Ende, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr nämlich unter dem jeweiligen Coupon mit Payback einlösen. Die aktiviert ihr und dann wird das Ganze grau hinterlegt. Das macht ihr bei dem anderen auch. Das mache ich üblicherweise, nachdem ich raus bin aus dem Laden, vor dem Geschäft stehe. Dann hake ich die Dinger einmal ab und dann sind die Coupons für euch sozusagen verbrannt. Also ich aktiviere die jetzt wieder, damit ich die beim nächsten Mal noch nutzen kann. Aber im Normalfall wären jetzt die Coupons weg und ich müsste mir dann einen anderen Coupon nehmen. Und wenn jetzt eure Partnerin, euer Partner ein eigenes Konto hat, also macht euch da auf jeden Fall immer ein eigenes Payback-Konto. Nutzt keine Partnerkarten, sondern dass jeder die eigenen Coupons nochmal nutzen kann. Und wenn die Coupons alle aufgebraucht sind, dann könnt ihr dann die Payback-App nutzen. Aber natürlich mit der einzigen Ausnahme, wenn ihr bei Payback einen höherwertigeren Coupon habt als hier bei PBCP, dann solltet ihr den natürlich auch nutzen. Aber in der Regel ist es so, dass man hier bei PBCP mehr Coupons und bessere Coupons bekommt. Und die sollte man natürlich immer als erstes verwenden. Denn der große Nachteil bei der Payback-App ist, ihr könnt die Coupons nur einmal aktivieren, aber sie nicht mehr deaktivieren. Und das ist dann besonders ärgerlich, wenn ihr zum Beispiel sagt, ach, da ist morgen irgendwie eine Aktion oder da ist irgendwie morgen was. Ich muss morgen zu DM und möchte da gerne einen großen Einkauf machen und meine 33-fach Punkte auf irgendwas einlösen. So, und jetzt kommt ihr auf einmal in die Situation, habt den schon aktiviert und dann müsst ihr ganz spontan irgendwie eine Kleinigkeit kaufen. Könnt aber das andere noch nicht mitnehmen oder es ist nicht verfügbar. Und dann, sag ich mal, kauft ihr im Prinzip eine Packung Taschentücher für 35 Cent und habt die 33-fach Punkte dann auf die Taschentücher und ja, der Coupon hat sich im Prinzip in Luft aufgelöst. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man die Coupons am besten wirklich erst an Ort und Stelle aktiviert, damit man nicht in die Situation kommt, dass so coole Coupons für, ich sag mal, sinnlose Einkäufe oder ja, spontane Einkäufe verbrannt werden. Also deswegen mache ich das wirklich immer nur, bevor ich an der Kasse bin und ja, so mache ich das. So, ich hoffe, das war für euch, ja, informativ. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, man kann das Ganze natürlich noch weiter auf die Spitze treiben. Ähm, auch wieder bei minimalem Aufwand, also das ist mir immer wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn ihr am Ende wirklich stundenlang da an Arbeit reinsteckt und ihr am Ende ein paar Euro, ähm, ja, an Payback-Punkten bekommt. Aber damit ihr eine Idee bekommt, also ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, ich glaube, so 5000 Punkte gesammelt, hatte jetzt ein Guthaben von 3000 Punkte dieses Jahr im Januar, hatte, glaube ich, schon für 20 Euro mir bei dm was gekauft im letzten Jahr, so, ne, deswegen komme ich eben auf diese 5000 Punkte insgesamt und habe jetzt allein schon im Februar circa 10.000 Punkte dazu bekommen. Natürlich habe ich da ein bisschen was mit Amazon-Gutschein und so weiter gemacht, aber da müssten wir vielleicht mal ein separates Video machen, weil du kannst natürlich dann auch indirekt Punkte sammeln bei Partnern, die kein Payback anbieten, wie zum Beispiel Amazon, da nutze ich dann immer diese Gutschein-Aktionen bei Rewe oder Penny, da gibt es nämlich manchmal so Aktionen, 10-fach Punkte auf Geschenkkarten oder letztes Mal zum Beispiel gab es 400 Punkte auf 50 Euro, nee, auf doch 50 Euro, ähm, Geschenkkarten, also pro 50 Euro 400 Punkte. Das entspricht dann ja 8% Cashback oder 8% Punkte Gutschrift oder bei der Aktion 10-fach Punkte auf Geschenkkarten ist es sozusagen 5% und wenn du sowieso weißt, du hast im Jahr x% Ausgaben bei Amazon, ja, dann lohnt es sich doch natürlich bei einem Einkauf mal eben für 500 Euro Gutscheine mitzunehmen für entweder Wunschgutschein oder für Amazon direkt oder für irgendwelche anderen Sachen, wo ihr sonst keine Payback-Punkte bekommt und könnt das dann auch nochmal mitnehmen. Also, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, das einfach mal mitzumachen, wenn man das so mal eben, ja, nebenbei durchschieben kann. So, natürlich, ne, wie gesagt, es geht noch viel, viel, viel weiter und man kann das Ganze dann nochmal optimieren, indem man das eben mit einer punktefähigen Kreditkarte bezahlt. Also, ich habe mir die Amex Platinum besorgt, auch hierzu einen Link unten in der Videobeschreibung kriegst du 75.000 Punkte, ich auch, wenn du das darüber abschließt. Aber natürlich ist sie relativ, also, ja, ist eine kostspielige Ausgabe, also 55 Euro zahle ich für die Kreditkarte im Monat, da sie natürlich noch weitere Vorteile hat. Wenn dir das zu viel ist, kannst du auch mit der Amex, also American Express Payback durchstarten. Die ist kostenlos und da würde ich dir empfehlen, wenn du die nutzt, dann aktiviere auch relativ schnell den Punkte-Turbo oder, ja, Payback, ich weiß nicht, wie es gerade heißt, kostet dann meiner Meinung nach 35 Euro im Jahr und bekommst dann entsprechend mehr Punkte. Aber da ich diese Karte nicht habe, ich kann sie dir nicht empfehlen, ich kann dir nur sagen, es gibt die Karte, mach dich da vielleicht mal schlau und aktiviere auf jeden Fall diesen Turbo. Muss man dann einmal die Hotline anrufen, diese 35 Euro im Jahr bezahlen, aber sei dir natürlich gewiss, du musst natürlich überlegen, wie viele Punkte muss ich sammeln, um diese 35 Euro wieder rauszuholen, ist aber, denke ich mal, mit normalen Ausgaben auf jeden Fall zu bewerkstelligen. Ja, und dann nutzt du diese Karte zum Bezahlen bei all deinen Einkäufen, sammelst Punkte beim Bezahlen und nochmal separat deine Payback-Punkte, die du dann über die Coupons hier einlöst. So, ich denke mal, für den ersten Schritt ist damit jetzt alles gesagt. Ich würde mich freuen natürlich, wenn du unten meine Links verwendest, solltest du noch weitere Fragen dazu haben, hinterlass mir gerne einen Kommentar und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.